147 Tage sind seit seiner letzten großen Eurovisionsshow vergangen. Jetzt hat das Warten endlich ein Ende. Wir starten live im Ersten und im ORF die Schlager-Love-Story 2020. Das große Wiedersehen. Präsentiert von Florian Silbereisen. Eins kann mir keiner, eins kann mir keiner, eins kann mir keiner nehmen und das ist die pure Lust am Leben. Eins kann mir keiner, eins kann mir keiner, eins kann mir keiner nehmen und das ist die pure Lust am Leben. Eins kann mir keiner, eins kann mir keiner, eins kann mir keiner nehmen und das ist die pure Lust am Leben. Eins kann mir keiner, eins kann mir keiner, eins kann mir keiner nehmen Und das ist die pure Lust am Leben, eins kann mir keiner